Aha, der Controller. Das ist doch das Ding, womit der Lehrling die vom Trigger geschleudert hat. Halt an! Halt an! Scheußteil. Der Lehrling, dieser kleine Mieselimmel. Wenn der das noch einmal anrührt, dann ist was los. Aber eigentlich ist das Ding doch kaputt. Ja, ja. Das schaue ich mir mal genauer an. Ah, hast du den Controller wieder gefunden? Na warte! Warum bist du denn jetzt schon wieder sauer? Weil du meinen Maxim in die Luft fliegen lassen hast. Sorry. Das hat Ewigkeiten gedauert, ihn wieder zu reparieren. Ja und? Und das Feld zu löschen. Ich weiß, ich war dabei. Und dann stellst du noch dumme Fragen. Okay, ich hab nachgedacht. Kannst du das überhaupt? Jetzt weiß ich wenigstens, wofür das B auf dem Controller steht. Boom! Na warte! Sieh bloß zu, dass du an den Besen kommst. Und dann kannst du hier den ganzen Hof hegen und den Weg nach vorne. Bla bla bla! So, das hätten wir. Und jetzt sollte das Teil eigentlich wieder funktionieren. Mal rein. Mal gucken, ob es klappt. Mal gucken, ob es klappt. Oh, schön. Mal gucken, ob es klappt. Mal gucken, ob es klappt. Mal gucken, ob es klappt. Ja, der Controller funktioniert wieder. Aber wofür steht eigentlich das B? So. Hat er selbst gesagt, das B steht für Boom. Bis zum nächsten Mal.